Hallo von der Embedded World. Wir haben heute wieder die Gelegenheit, einen unserer Kunden zu besuchen, der uns erklärt, was er mit unseren Leiterplatten macht. Herr Eckert, bitte stellen Sie sich kurz vor, was ist Ihre Funktion und was macht Ihr Unternehmen? Ich bin der technische Leiter bei der Metrionik. Wir sind ein Spezialist für Radaranwendungen innerhalb von Funksensornetzwerken. Was ist das? Wir messen quasi Abstände zwischen Funkknoten und wir lizenzieren unsere Technologie. Irgendwie Schlüssel, wenn man die Zugangssysteme nimmt, sind aber auch an der Stelle Techs innerhalb von RTLS-Systemen, also Systemen zur Lokalisierung von Objekten. Und Sie haben ja auch was zu zeigen, wenn Sie uns das kurz demonstrieren würden. Wir messen hier Abstände in der Genauigkeit kleiner als einen halben Meter, sind in der Lage, Abstände bis zu 300 Meter locker aufzulösen. Und das ist an der Stelle wichtig für Anwendungen in der Lokalisierung, um halt Objekte innerhalb von Gebäuden zu finden, zu verfolgen. Und es gibt da jede Menge Anwendungen an der Industrieautomatisierung, aber auch an der Gebäudeautomatisierung und wie ich schon gesagt habe, in den Zugangssystemen. Wer hier entsprechende Partners sucht oder Lösungen, ist bei der Firma Metrionik der richtig. Und das ist bei der Firma Metrionik der richtig.